So, hallo und willkommen zurück zu LS17. Wieder zusammen mit Shifty natürlich. Und wir sind, bzw. ich bin jetzt unterwegs zu Agrasius. Geil. Wie sieht man die Planen? Irgendwann wird mich verschimpfen. Und ja, wir verkaufen jetzt unsere letzten Überreste, um einen Ladewagen zu erhalten. Ah, da hat ein netter Mensch in Drescher hergestellt im nächsten Feld. Ja, wo ich 6% gefälle, da geht was. Warum kann ich kein Zigeinergang eingehen? Wie sieht denn an der Richter aus, da der Hund? Huch. Alter. Ja. Ich muss mich immer nur daran gewöhnen, dass du jetzt die KI-Fahrkehr hergibst. Können wir jetzt fahren, alle Herren? Ja. Ja. So, der hat die Pflege drauf. Dann wollen wir gleich mal Düngern fahren. Unser Deutz hat die Pflege. Ja. Ja. So. Ja. Wo steht denn der Dünger überhaupt? Düngerstreuer. In irgendeiner Halle irgendwo im Westenwinkel. In einer großen Halle ganz allein. Ähm. Da oben stehen die Pflege. Da oben stehen die Pflege. Boah. Halt. 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 Woh! Halt. Wo steht nichts drinnen. Wo kann man das jetzt auch laden, wenn man grazisch ist? Aha. Da ist einmal... Da ist Strohverkauf und Heu nehme ich an. Da ist er. Und nicht den Schmarrn muss ich auch machen. Ich glaube ich muss die Scheißabdeckung nicht aufmachen. So, dann können wir jetzt die Ladewaage tun. Für die restlichen 8000, was wir noch haben, dann machen wir auch mit Kredit. Was tun wir? 5000 Kredit zurückzahlen. Ich glaube, unser Herr von uns... Huch! Entschuldigung! Verkaufsicht! Da, wo die Kamera wieder hinschaut... Na, wo die Kamera wiederhinschauen... Das ist eine große Rolle, die Kamera nicht mehr. Innerhalb von unten, wenn sie einfach rausbekommen können. Ich bin hier schon auf. Musik 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 Musst du dir ab dich spritzen? Musik 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 Da zu dem 26er Ganz versteckt da Du wirst mir auf der Map schon wieder woanders aufsehen Seid mir grad, du stehst bei mir am Hof Nein Hab ich auch grad mitgekriegt Gehen wir mal zum Händler an Unseren neuen Ladewagen Guck 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 Die Brat ist nicht spritzen Guck Guck Wie breit ist die Spritze? 15 Meter 15 km Schlimmer Man verbraucht gar nicht so viel Na gut mit 15 Metern Was will ich da verbrauchen Aber jetzt ist mir schlimmer vorgestellt Schlimmer Guck 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 Ja, die KI ist manchmal komisch echt, manchmal fährt sie einfach, dann fährt sie da rein und dann manchmal bleibt sie da stehen Ja Ich bin mit Frank, ja, in Lodi waren wir aber eh dank Lernfeld Ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Willst du da einen Raffen wechseln beim Leitz und kommst mit dir hängen? Wer? Bei einem Case hängt ja der Ladegang. Bei 26, ich könnte noch abgesaugt. Ja, das ist ja was wir vorhin gemacht haben. Achso, jajaja, das weiß ich ja. So, dann auffahren. Ja, oder wie ist das die erst aushanden müssen? Ja, das ist egal. Ja, hätte ich schon gemacht. Dann hätte ich gleich oben stehen lassen, so ein wenig am Düngern. Ja, man muss halt mit dem Case dabei. Mit dem Valtra. Achso, Valtra haben wir ja auch noch. Bei dem Valtra. Ja, nur noch 3 Meter Saatmaschine, das braucht der auch ewig. Ja. Na wurscht. Ich werde eins brauchen, ich werde den Valtra. Valtra wäre die Saatmaschine auch für 4. und dann würde ich den Valtra. Den Deutzler aus der Omen. Der Deutzler war die... Die Greifen. Achso, das ist einer. Mal schauen, wieviel ich den Restverteid bekomme, jetzt holen wir die Hänge mit dem Käse. Ah, warte, ich weiß schon wie das war. Was ist da? Das lassen wir aber jetzt mal da legen. Und gib Gas! Ahoh, trawndo. Oh, scheiße. Wo sind die Hänger? Im Hof. Im Hof. Ich denke, die Ahnung ist gerade der Vier. Was ist denn der Platz, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja. Hast du beim Höfer das ausgemacht? Das Kaufen Ding? Na, hab ich noch nicht ausgemacht. Mach das aus. Ich bin so beteiligt. Oh, ich bin so. Oh, ich bin so. Ja, ja. Was? 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 Pflanzen wir, das haben wir eh nichts. Du wirst ja was aus. Ja, jetzt lassen wir gleich Weizen. Was hast du da jetzt? Äh, Weizen. Okay, dann warten wir mal. Geht ja nicht viel aus auf dem Feld. Mal. Du wirst ja nicht viel aus. Ja, das ist der Sport. Og, ja. Weil du in die Stadt história, Und du nassest will, Du bist es, du in der Stadt. Du bist ja nicht mehr. Wird ja nicht mehr Wo bist du eigentlich, Wird ja nicht mehr. Ihr könnt Nazi-D-N-Gerfakt. Dönn mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020